Im Namen der Universität Stuttgart bitte ich alle Verfolgten und ihre Angehörigen um Entschuldigung für das Unrecht, das sie und ihre Angehörigen in der Zeit des Nationalsozialismus durch die Technische Hochschule Stuttgart erleiden mussten. Unsere derzeitigen Studierenden dürften nun mindestens der dritten Generation angehören, die nach dem Ende der NS-Herrschaft geboren wurden. Nur wenige, die heute hier versammelten, haben die nationalsozialistische Herrschaft noch bewusst erlebt. Warum erinnert die Universität Stuttgart also heute an ihre Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus? Die Universität Stuttgart möchte allen Studierenden eine Bildung ermöglichen, die eben nicht nur reine oder neutrale Wissenschaft ist. Eine unpolitische Wissenschaft, wie man sie in der Nachkriegszeit gewünscht hat, gibt es nämlich nicht. Wissenschaft ist immer mit der Verantwortung für die Gesellschaft verbunden. Sie verlangt, und dies gilt gerade für unsere Zeit der Globalisierung, eine Atmosphäre von Toleranz und Mitmenschlichkeit. Rechtsstaat und Wissenschaftsfreiheit gehören zusammen. Beide sind nicht durch die stille Arbeit in Laboren oder vor Versuchseinrichtungen von selbst entstanden. Rechtsstaat und Wissenschaftsfreiheit sind erstritten worden durch demokratisches, politisches Engagement. Indem wir der Verfolgten der NS-Zeit gedenken, wollen wir auch auf die Gefährdungen aufmerksam machen, die der Wissenschaftsfreiheit, der freien Lehre und der ungebundenen Forschung auch heute stets drohen. Es wäre naiv zu denken, dass der derzeitige demokratische Rahmen in unserer Universität eine unabänderliche Selbstverständlichkeit ist. Einer international ausgerichteten Universität wie unserer würden die Grundlagen ihrer Existenz entzogen, sollten in Gesellschaft und Politik wieder die geistige Enge des Nationalsozialismus, Fremdenfeindlichkeit, ein völkisches Gesellschaftsbild, Homophobie oder Intoleranz gegenüber fremden Kulturen vorherrschend werden. Im Jahr 2000 hat der Senat der Universität Stuttgart eine Gedenktafel vor dem Senat angebracht. Darin heißt es, den Opfern der nationalsozialistischen Vergangenheit zwischen 1933 und 1945 wurden zahlreiche Männer und Frauen aus unserer Mitte wegen ihrer Überzeugung, ihres Glaubens oder ihrer Abstammung entlassen, verfolgt, vertrieben oder ermordet. Die Achtung für die Opfer ist für die Mitglieder der Universität Stuttgart Mahnung und Verpflichtung zugleich, überall und jederzeit Unrecht und Gewalt zu widerstehen und für die Würde und Freiheit des Menschen einzutreten.